Die Rückenübung, Glimmzüge, weiter Obergriff, leider auch hier oftmals mit viel zu viel Körperschwung gearbeitet, ohne Anspruch auf den Zielmuskel, die exzentrische Phase viel schnell ausgeführt und dazu natürlich noch im zu kurzen Range of Motion. Der korrekt ausgeführte Glimmzug, schön langsam runter in die Armstreckung, kurz anhalten nach oben, die konzentrische Phase ausatmen, ohne Körperschwung, völlig ruhig ausgeführt, das Kinn mindestens hoch bis zur Handgelenkshöhe.